Hallo und herzlich willkommen bei Wonderspoint. Hier stelle ich euch den absoluten Klassiker unter den Neutralschulen vor, den Nike Air Pegasus Plus 27 als Gore-Tex-Version. Da nicht immer die Sonne scheint, hat Nike den Pegasus nun auch mit einem wetterfesten Design ausgestattet. Im Obermaterial wurde die atmungsaktive und wasserdichte Gore-Tex-Membran verarbeitet, die den Fuß trocken hält. Zudem ermöglicht die Cashlon Zwischensohle eine weiche, jedoch reaktionsfreudige Dämpfung auf dem Laufuntergrund. Diese Version des Pegasus verfügt über ein Zoom-Element in der Ferse, wodurch der Schuh eine flache Dämpfung erhält. Das Crashpad absorbiert nicht nur den Aufprall, sondern es leitet die Abrollbewegung auch sanft ein. Das Waffelsohlenmuster der Außensohle besticht durch Strapazierfähigkeit und Traktion. Für alle Neutralläuferinnen, die auf ihren Lauf weder bei Regen noch bei Schnee verzichten wollen, ist der Nike Air Pegasus Plus 27 GTX die beste Wahl, um mit trockenen Füßen wieder nach Hause zu kommen. Ihr bekommt ihn in unseren Runners Point Filialen oder in unserem Onlineshop unter www.runnerspoint.com. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.